Was ist hier passiert, ey? Ich versteh es nicht! Ich versteh es nicht! Pikmi Mundo Mitte? Okay, ich frag gar nicht erst. Ich frag gar nicht erst, warum hier jemand Mundo Mitte spielen will. Okay, du bist da. Verstanden, aber... Das Timing ist... Super klasse. Didi... Wow! Der... The fucking hell! The fucking hell! Entweder wartest du länger, oder gehst du einfach fast. Aber die Aktion war halt ultra useless. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Ach, komm schon. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Geh da farm! Geh da fucking farm! Ach, Mantris Tana, ey. Und du hast dein Pinkbotenblatt falsch gesetzt. Oh Gott, was passiert hier, Alter? Also, ich raff's nicht. Warum Tostane kommt, warum wir ewig nicht reagieren, warum mir alles zwei Minuten zu spät passiert, ey. Uff. 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 Okay. I don't get it. Ich dachte, wir dive'n den noch, aber wir dive'n ihn nicht. Ich mach' das nicht alles, ich mach' das nicht alles solo, Alter. Ich versteh's nicht. Die Tostana ist halt immer zu langsam. Bis jedes Mal zu langsam. Können wir das nicht tun? Tschüss. I don't care. Und zwar. Is und gestellt. Und zwar. Und zwar. Ok das sind zu viele, Tristana hätt's halt mal angegriffen, während ich sie dreimal Stunner greife, macht sie halt die Outdoor-Attacks nicht, oh man, das hätt' halt so'n Safe-Kill gewesen, aber sie macht's halt nicht, sie ist halt zu ängstlich. Mundo spielt Mundo. Das ist witzig und Gnar steht noch auf der Top-Lane jetzt aktuell. Wir sollten das dann machen. Mundo hat'n Sweeper, wie gesagt Mundo hat'n Sweeper. Ah ne, wenn Mundo da ist, machen die jetzt Part-Widt, ok. Ok, ich bin da vielleicht doch, nicht doch, eventuell. Oh, die will Annie da oben töten. Ich hab'n Assist. Oh, der macht das einfach, ok, ok, ok. Wir sind ein bisschen zu tanky für die Iggy, hab' ich das Gefühl. Das ist irgendwie ein witziges Game. Perfekt. Können wir rausgehen einfach? Das wär' super. Das wär' super toll. Würd' ich mich freuen. Werd' ich nicht happy drüber, weil ich hab' kein Mana mehr. Der Mundo macht Mundo-Dinge. What the fuck ist falsch mit dem Mundo? Ach, drei Mundo. Also, das könnte vielleicht da dran liegen. Wieso funktioniert das? Was wir hier tun? Bleib' doch hier. Assiste durch Heels. Oh, mach' einfach hier das. Ok. Ok. Mundo hat Mundo Sachen gemacht in der Mitte. Holy shit. Midlane Mundo. So, nur die Uhrzeit, also sie. Völlig irre. Also, der hat zwar auch ganz gut gespielt dann am Ende. Gut deleted. Aber der Mundo. RIP. RIP Gegner Elo.